Weil das kann doch nicht sein, ey. Wir bauen uns dann hier zig Chunks weit und finden nicht einen Dia. Also das wäre schon echt übel. Da sind doch schon welche. Drei Stück. Leute, wir haben Diamanten gefunden. Have your attention, please. So, reicht. Ich bin Gamer. Da muss man nicht so viel baden. Wo ist denn der jetzt? War doch hier irgendwo. Hallo? Spawner? Darf ich da ein Ei? Danke. Da kommt eh nichts raus. Hier ist er. So. Ja, und dann, ähm. Toll. Ich sehe nichts. Ja, gehen wir mal davon aus, dass es hier ist. Immer schön auf der richtigen Seite bleiben. Die Sonne, die geht schon wieder unter, weil ich jetzt so lange da... Kurz hier stehen bleiben. Huh, Schubser. Ich buddel mich mal kurz hier runter, um ungefähr eine Ahnung zu haben. Oder? Ja. Upsala. Ob das gut geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das gut geht. Normalerweise macht man das nicht, ne? Ich weiß. Ich trau mich noch ein paar. Man muss immer so ein bisschen die Ohren aufhalten, ob man in Richtung Lava kommt, oder? Was weißen? Noch höre ich keine. Eisen nehmen wir mit. So. Oh, ich kann schon wieder nichts aufnehmen. 25, 24, 23, 22, 21, 20. So, wir sind auf Höhe 20. französischen. 19, 18, 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Okay. Welche Richtung? Ich glaube, die... Ich weiß es nicht. Da habe ich das Eisen rausgenommen, ich glaube, warte mal eben, 10, 88, ne, da gehen wir in die falsche Richtung. Ich glaube, hier müssen wir hin. Naja, wenn nicht, dann haben wir hier ein Dreieckskreuz überall. Habe ich genug Erde dabei? Nein, habe ich nicht. Na, das gibt ja wieder was hier. Jetzt darf ich mich wahrscheinlich in sämtliche Richtungen bauen. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Wir werden es sehen. Achso, ihr wollt Licht? Okay. Kurz. Ach, der Stein, mit dem Stein, da tut mir ja eine Seele weh jetzt gerade, ne? Ich höre Wasser. Und ich hoffe, meine Hacke hält. Oh. Oh, oh. Guten Tag. Hab was Cooles gefunden. Glaube ich. Äh, war ich hier schon mal? Ich baue mir hier mal kurz was safe. Ah. So. Hallo. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Nice. Kann das sein, dass das vielleicht das ist, was ich die ganze Zeit gesucht habe, gehört habe und nicht hingekommen bin? Man weiß es nicht. So. Pass auf. Ähm. Ich möchte den ganzen Stein hier mitnehmen. Deswegen buddel... Oh. Hi. Gut reingebuddelt, ne? Lapis kann man immer gebrauchen. So. Ähm. Ich baue mir hier eine kleine Base. Das mal kurz weg. Oh, da habe ich ja noch eine. Ah. Naja. Das ist immer mal ein bisschen verschwenderisch. So. Die haue ich jetzt da oben rein. Dann machen wir hier mal eine Kiste draus. Kiste. Zwei Kisten. Zwei Kisten. Ich schmeiße mal das Glas kurz weg. So. Ups. Stein, 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 Stein. Ich gebe mal das andere Zeug her. Stein. Und... Immer noch dunkel. Ich hätte mir genug Holz mitnehmen sollen, dann hätte ich mir Leitern machen können. Ich habe genug Holz dabei. Ich mache mir jetzt Leitern. So, und dann kletter ich da rauf. Und wenn ich die irgendwann nicht mehr brauche, die Leitern, dann brauche ich die nicht mehr. Ist das richtig so? Ja. 24 Stück. Ich denke nicht, dass ich damit auskomme, aber mit 48 Stück komme ich aus. So. Kurz was essen. Also ich habe auf jeden Fall eine schöne Höhle gefunden. So mittendrin. Ist Wahnsinn, oder? Ähm, da und da. Ähm, das können wir zusammenlegen. So. Meine Leitern. Und... Ha, ha. Ups. Äh, ich muss, glaube ich, so. Ja. Ey, wohin habe ich die denn jetzt? Boah, ich hasse Leitern platzieren, ne? Komm. So, so läuft das hier. Wetten, ich bin falsch gegangen. Deswegen habe ich auch die Mine gefunden. Oh, schon wieder eine falsche... Uh. Weit ist es nicht mehr. Aber ich glaube, ich komme mit den Leitern nicht hin. Drückt die Daumen. Ja, nice. Wisst ihr was? Das machen wir doch mal ganz einfach hier. Oh, da oben ist ein Böses. Da oben ist ein Böses. Kann ich jetzt gar nicht gucken gehen. Oder ich muss kämpfen. Ich glaube, ich kämpfe. So. Wo ist denn hier meine schöne Axt da? Hallo Böses. Hallo Böses. Pfiuh. Ups. Solange mir hier nicht wieder ein Creeper auf die Nase fällt, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Aber bei meinem Glück wird es gleich wieder soweit sein. Oh Gott. Komm, jetzt stell dich mal hier drauf kurz. Komm. Wo ist er? Da bist du ja. Da bist du ja. So, und wo ist jetzt die Spinne, die hier gerade noch war? Nicht mehr da. Ja, also in diese Richtung, wo die Leiter hin zeigt. Ha, ha, ha. Da habe ich mich doch bestimmt nicht hingegraben, oder? Nö. Sag ich doch. Genau in die verkehrte Richtung. Aber gut. Dann machen wir das halt alles nochmal. Ist ja nicht schlimm. So weit haben wir uns ja jetzt nicht reingegraben. Und das Gute ist, wir haben was Cooles gefunden. Nämlich die, 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 die Dings da. Ah, warte mal. Zur Schlucht. Zur Schlucht. Und dann den und den. Oh, Screenshots gespeichert. So, cool. Haha. So, ich habe leider jetzt nicht mehr genug Hacke. Deswegen werde ich jetzt mich erstmal versuchen. Ach, guck mal, wir sind schon direkt. Ja, geil. Das sind doch schon direkt unsere Gänge hier. Ich wusste, dass ich mich eigentlich in diese Richtung gebuddelt haben müsste. Ich dachte es mir. So, mal gucken. So weit dürfte das eigentlich nicht sein. Muss ich mal Licht anmachen? Ja, und ich brauche eine Hacke gleich. Die hält nicht mehr lang. Naja, aber hier habe ich irgendwie noch keine Gänge gegraben. Wahrscheinlich sitzen hier die ganzen Dias. Drei Stück. Wenn ich drei Stück hätte, dann könnte ich meine coole Hacke verzaubern. Und dann wird das alles hier richtig schnell laufen. Aber ich habe echt Pech. Weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir jetzt? 80? Oh, seht ihr, wie schnell das geht? Jetzt habe ich nämlich die falsche Hacke benutzt. Dann würden wir hier viel, viel schneller vorankommen. Aber der Diamantengott, der gönnt es mir nicht. Der gönnte es mir nicht. So, guck mal. Hier haben wir doch unsere Base. Ich mache mal ein paar mehr. Mach ein paar mehr. Gönn dir. Ups. Na komm. Na komm. Ach Mist. Habe ich ja gar keinen Platz. So. Da, ne? Pium. Pium, 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 pium. So, ich würde mich echt gerne in dieser Folge jetzt heute noch ein bisschen nach hinten bauen. Ich weiß nicht, wie ich schneide, aber auf jeden Fall in dieser Aufnahme würde ich ganz gerne den Gang fertig bekommen. Und nächstes Mal versuchen wir dann mal Schienen zu machen. Ich weiß, das ist total unnütz und total unnötig, was ich hier mache. Weil wir haben ja eigentlich nicht schwer, oben rum zu kommen. Aber wer weiß, wofür es noch gut ist. Na, ich bin ja immer noch am liebäugeln, dass wir vielleicht dann den einen oder anderen Diamanten beim Ausbau hier unten finden. Weil das kann doch nicht sein, ey. Wir bauen uns dann hier zig Chunks weit und finden nicht einen Dia. Ja, also das wäre schon echt übel. Da sind doch schon welche. Drei Stück. Leute, wir haben Diamanten gefunden. Wir haben Diamanten gefunden. Habe ich da Glück drauf? Nein, schade. Eins. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei. Drei. Vier. Da habe ich Angst. Fünf Diamanten. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall so geil die Spitzhacke wieder machen. Da bin ich ja so happy drüber. Oh Gott, endlich Diamanten, ey. Soll ich hier mal noch mal gucken? Aber ich glaube nicht. Also fünf werden, denke ich mal. Das werden es gewesen sein dann. Ja. Gott sei Dank. So, jetzt baue ich hier das wieder vernünftig zu. Boah, ich bin auch doof, dass ich Cleanstorm benutze, ne? Aber egal. Stimmt. Wir haben es ja so. Diamanten. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge auch auf jeden Fall noch tun. Unsere Hacke reparieren und dann mal irgendwie versuchen, Glück zu bekommen. Ich höre böse. Ist er noch weit jetzt hier? Ist es noch weit? Wann sind wir da? Kennt ihr den Film Schreck? Der Esel, der ist zum Knutschen. So. Eigentlich müssten wir da jetzt... Da ist Gold! Brauchen wir für Schienen. Sehr gut. Und so viel direkt. Ja. Aber wir können es nicht aufheben. Nein. Bruchstein. Bruchstein. Da ist es. Boah. Ich kann ja gar nichts aufnehmen gerade. Egal. Ich buddel mich jetzt erstmal durch. Ich muss das jetzt... Ich muss jetzt da hinten. Obwohl. Ich bin auch doof, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich... Doch. Eigentlich müsste ich da hinten sehen, wann ich da ankomme. Da. Da bin ich schon. Alles klar. Ja, das hat ja perfekt geklappt. Ist doch mega nice. Wir sind hier ausgekommen. Und kommen definitiv nicht hier dran vorbei. Ich weiß auch nicht, wieso. Da wollten wir doch eigentlich runter, oder? Ach, da sind wir doch. Hat doch alles geklappt. Alles gut. Ne, ist richtig. Klar. Wir laufen jetzt hier. Ja, sicher. Wo ist denn das Vieh? Ich muss doch mal eben töten mit mir. Hallo. Wo bist denn du? Wo bist du, Vieh? Da. Skeletto. Buff. Buff. Wo hast denn du rumgehangen jetzt? Boah, Skelett jetzt, ne? Wo kamst du denn her? Hier wahrscheinlich. Ja. Na gut. So. Ja, nice. Hat ja alles sehr, sehr gut geklappt, ne? Wir sind hier rausgekommen, so wie es geplant war. Jetzt kann ich mal eben meinen Stein einsammeln. Ähm, hier müssen die Schienen dann links und rechts und dann würde ich dann ganz gerne hier ankommen. Oder hier unten. Können auch hier unten ankommen. Na ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal, äh, schon wieder da hinten eine Kiste. Fällt mir gerade auf. Wir haben drei Diamanten. Ich werde jetzt hochgehen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Und dann werden wir die Diamanten, äh, verarbeiten. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Hacke. Wir haben fünf Dias. Sehr, sehr nice. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, dass ihr dabei seid. Und ja, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank. Tschüss.